Ja, mein Name ist Sven Henkel. Ich bin einer von drei Geschäftsführern bei der Firma Laudat und wir sind einer der führenden Medien- und IT-Dienstleister in Europa, haben über 600 Mitarbeiter, sind an sechs Standorten weltweit aktiv und sind inzwischen seit über 60 Jahren auch am Markt. Nee, das ist nicht unser erster Print-Day. Wir sind heute auch wieder mit 15 Leuten hier. Das ist auch für mich persönlich wirklich eine der schönsten Veranstaltungen, die es überhaupt gibt. Das ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt zu den Kollegen, wie eine Art Familientreffen. Man trifft so viele Gleichgesinnte, egal ob es jetzt Kunden sind, Unternehmen oder auch Dienstleister und da habe ich mich richtig darauf gefreut und ich bin sehr gespannt, was heute noch passiert. Die Partnerschaft mit Werk 2 ist vor allem von wirklich großem Vertrauen geprägt. Wir haben schon sehr, sehr viele Dinge zusammen gemacht, sehr viele, sehr umfangreiche, große Projekte gemacht, wo es natürlich auch mal Herausforderungen zu lösen gibt. Und da muss ich einfach sagen, haben wir immer auf Augenhöhe mit Werk 2 sprechen können und haben immer eine tolle Lösung gefunden für sämtliche Angelegenheiten. Und die Print Suite selber ist für uns auch eine der Schlüsseltechnologien, mit denen wir uns beschäftigen und insofern ist es eine sehr wichtige Technologie für uns auch in dem Unternehmen.